Sebastian Kui zum Gazetteer-Teil. Ja, dann werde ich mich auch entsprechend kurz halten. Ich habe auch gar keine große Präsentation vorbereitet, weil ich dachte, es ist wahrscheinlich am schönsten, den Gazetteer auch einfach mal live in Aktion zu sehen. Und ich werde das jetzt einfach mal so vorführen, wie der momentan aussieht. Wir haben hier die Startseite des Gazetteers und man sieht schon, wie Herr Förtcher auch eben schon angedeutet hat, das ist von Pleiades natürlich inspiriert, sieht man ganz deutlich. Und ich werde auch jetzt nicht groß darauf eingehen, wie die Technik dahinter konkret aussieht. Ganz kurz, wir setzen als Technologien MongoDB ein, haben ein Java-Servlet, was die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellt, also im Sinne des Link-Data-Paradigmas offen, offene Schnittstellen in verschiedenen Formaten anbietet, RESTful ist und haben ein JavaScript-Frontend, was diese Sachen dann anzeigt. Also wir sehen hier auf der Startseite auch wieder eine Heatmap, haben wir auch im ersten Vortrag über Pelagius schon kurz gesehen. Hier sehen wir die Verteilung der Orte im Gazetteer. Das sind zurzeit ca. 50.000 Orte, die wir importiert haben aus Arachne und aus Xenon, also aus der Objektdatenbank und der Literaturdatenbank des DAI. Prinzipiell können wir uns da noch ganz viele andere Quellen vorstellen. Das sind jetzt die ersten, die als Grundlage für die Orte im Gazetteer gedient haben. Und der große Unterschied zu Pleiades ist der, dass wir eben nicht nur antike Orte da drin haben, sondern dass auch die Aufbewahrung eine Rolle spielt. Wir haben in der Arachne viele Objekte, die in Museumsdatenbanken sind. Und so bekommen wir sozusagen die Gegenwart auch noch in den Gazetteer mit rein. Ich nutze jetzt einfach mal die ganz einfache Suche, habe ich das O vergessen, um mal zu zeigen, wie die Daten aussehen, die momentan im Gazetteer drin sind. Also ich muss betonen, das ist jetzt quasi eine Beta-Version. Man sieht auch hier unten sind noch ein paar Platzhalter-Texte drin. Und man sieht auch gleich das Problem, wenn ich jetzt nach Pompeji suche, bekomme ich direkt zwei Orte und genau das soll es ja eben nicht sein. Der Gazetteer soll eben eigentlich eine Autorität sein, die eindeutige Identifier für die verschiedenen Orte zur Verfügung stellt. Das System ist auch so, dass beim Import der verschiedenen Datenquellen ein Abgleich gemacht wird und die Aggregation da schon stattfindet. Also man über die Beziehungen zwischen Orten und über die Namen der Orte schon bestimmte Matchings macht. Das ist natürlich vollautomatisiert gefährlich, weswegen solche Dubletten natürlich immer auftreten. Und das ist eigentlich auch der Fokus, wie Herr Fertscher auch schon angesprochen hat, des Gazetteers, dass die Aggregation, das Zusammenführen, das Matching von verschiedenen Geodatenressourcen innerhalb des DAIs erst mal durch den Gazetteer erleichtert werden soll. Und man sieht das jetzt zum Beispiel an der Funktion, die wir hier haben. Also wir können uns hier erst mal die verschiedenen Informationen ansehen. Das sieht natürlich ähnlich aus wie bei Pleiades. Wir haben Links zu den verschiedenen Ausgangssystemen. Wir haben auch unter anderem Geonames-IDs. Wir planen natürlich auch hier die Pleiades-IDs, wo es sinnvoll ist, automatisch anzufügen. Was eben ein besonderes Feature des Gazetteers ist, ist, dass wir hier diese ähnliche Orte-Funktion haben, wo wir Orte mit ähnlichen Namen angezeigt bekommen, um eben dieses Matching zu vereinfachen. Und hier können wir eben auch dann hingehen und ganz einfach diese Orte zusammenführen. Ich mache das jetzt nicht, weil dafür müsste ich angemeldet sein. Aber man sieht, die zentrale Funktion des Gazetteers ist eben dieses Kuratieren von Ortsdaten auch zu vereinfachen. Das Gleiche kann ich eben hier auch tun mit Orten, die in der Nähe sind. Also wenn Geokoordinaten in einer ähnlichen Region da sind, ist es vielleicht auch sinnvoll, angezeigt zu bekommen, dass das vielleicht sogar den gleichen Ort beschreibt und man diese Orte zusammenführen kann. Das Wichtige dabei ist, dass man hat ja den Eindruck, es widerspricht so ein bisschen der Idee des eindeutigen Identifiers, wenn ich jetzt auf einmal hingehe und doch wieder die Granularität der Orte ändere. Das Wichtige ist, dass diese URIs erhalten bleiben im Gazetteer und immer als Weiterleitungen, sobald Orte zusammengeführt werden, weiter existieren, sodass es weiterhin möglich ist, Referenzen auf diese Orte zu haben. Wir hatten eben schon diese Karte des Limes gesehen. Noch ein paar Worte dazu. Das ist eine Sache, die haben wir aus dem Zenon-Bibliografiebaum importiert. Dort gibt es auch einen sehr detaillierten Thesaurus zur Topografie und der wurde angereichert durch, also bestimmte Orte, die am Limes liegen, wurden mit Geodaten angereichert und eben auch getaggt und deswegen können wir jetzt hier über die Suchfunktion uns diese Orte auch anzeigen lassen. Das sind insgesamt 97 und hier sieht man auch ganz schön dann schon den Verlauf des Limes, den wir hier angezeigt bekommen und als Beispiel dafür, wie das Ganze dann auch dazu dient, verschiedene Datenquellen miteinander zu verbinden, haben wir hier den Datensatz zu Ahlen, wo wir uns dann die verschiedenen Objekte, die mit diesem Ort verknüpft sind, zum Beispiel in Arachne, verschiedene Objekte, die in Ahlen gefunden wurden oder hier eben auch das Kastell, was in Arachne als Topografie-Datensatz existiert und gleichzeitig haben wir eben auch die Möglichkeit, hier in den Zenon, in die Literaturbank des DAI reinzugehen und Literatur über Ahlen zu finden. Also hier den Gazetier als zentrale Verknüpfung zwischen diesen ganzen verschiedenen Anwendungen, die am DAI existieren. Ich könnte noch ein bisschen näher auf die Technik eingehen, aber wir sind knapp im Zeitplan, deswegen würde ich einfach an Matteo Romanello abgeben, der zeigt, was man mit den Daten des Gazetiers dann unter anderem noch so treiben kann. Vielen Dank, Sebastian. Du hast vornehm verschwiegen, was für eine Riesenarbeit das gewesen ist, das an diesem Punkt zu bekommen. Und intern ist es für das DAI, also für mich zumindest, auch absolut faszinierend zu sehen, wie auf einmal Zenon-Daten und Arachne-Daten gemeinsam in einer sozusagen Visualisierung eine neue Gestalt gewinnen. Das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Also Institutionen sind nicht nur langsam, sondern Institutionen sind natürlich auch mächtig. Das heißt, sie haben Informationsinfrastrukturen oder Infrastrukturen zur Informationserhebung, wie beispielsweise die DAI-Bibliotheken oder die Bibliografie. Und sie haben Workflows, die man anbohren und nutzen kann, um dieses Wissen sozusagen rauszuholen. Das hat man beim Gazetier, der praktisch ein Werkzeug ist, das zum Manifest werden zu lassen, sehr gut gesehen. Das ist die Webission, das war ich. Vielen Dank.